Es tut mir leid, das Video heute dient keinem tieferen Zweck. Es geht einfach nur um ein bisschen Spaß an langen Haaren. Das Wetter war schön und wir hatten eine Schaukel und eine Kamera. Also haben meine Freundin Heike und ich die Chance genutzt, um schöne Fotos und in diesem Fall auch ein Video zu machen. Letzteres seht ihr hier. Die Bilder gibt es sowohl auf Heikes Blog Haselnutblond als auch auf meinem Haartraumfrisuren. Wenn ich darüber nachdenke, warum mir lange Haare gefallen, kommt mir natürlich als allererstes die Frisuren in den Sinn. Aber dann gleich als nächstes denke ich an Momente, wo ich andere Leute mit langen Haaren gesehen habe und wie sehr es mir gefällt, wie sich lange Haare einfach bewegen und wie sie aussehen. So, und damit? Nicht jeder, dem so etwas gefällt, ist ein komischer Fetischist. Punkt. Zu dieser Entscheidung bin ich gekommen und darum gibt es jetzt einfach mal so ein Video. Einfach so, weil ich es kann und mag, weil es Spaß macht und weil es schön ist. Außerdem ist es eine Erinnerung an einen wunderschönen Tag an einem so unglaublich wundervollen Wochenende. Wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, was wir beide so gemacht haben, empfehle ich euch nochmal, unsere beiden Blogs zu durchstöbern. So, das war's. Ganz ohne weitere Informationen wünsche ich euch einfach, dass ihr an euren langen Haaren immer viel Spaß habt. Deine Produx Vielen Dank.